Sie können viel Geld für verschiedene Schneidmaschinen und Elektrogeräte ausgeben und sind dennoch eingeschränkt in der Auswahl der Schneidmöglichkeiten. Das hat nun ein Ende. Entdecken Sie unglaubliche Schneidvielfalt in einem einzigen Schneidsystem. Der revolutionäre Nicer Dicer Fusion von Genius. Das vielseitigste Schneidgerät, das alles bisherige in den Schatten stellt. Würfeln, Stifteln, Viertel, Achtel, Hacken, Mixen, Reiben und Hobeln unterschiedlichster Zutaten. Und damit nicht genug. Er ist jetzt mit dem genialen Nicer Giulietti ausgestattet für kreative und dekorative Schnitte in zwei unterschiedlichen Stärken. Kreieren Sie schöne Gemüsespiralen für Hauptgänge, Snacks und mehr. Und gesunde Gemüsespaghetti, die so gut schmecken, wie sie aussehen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Mit dem Nicer Giulietti sind Ihre Wünsche im Handumdrehen umgesetzt. Zaubern Sie ansprechende, leckere Gerichte. Und das unfassbar schnell und einfach. Ihren Kochideen sind keine Grenzen gesetzt. Saubere, gleichmäßige Schneidergebnisse sind unmöglich mit einem Messer? Stimmt, aber mit Nicer Dicer Fusion ist das ein Kinderspiel. Zahlreiche Schneidvariationen sind nun im Handumdrehen umgesetzt und das jedes Mal perfekt. Über 20 Millionen zufriedene Nicer Dicer Kunden haben uns in der Entscheidung bestätigt, den weltweit bekannten Küchenhelfer noch vielseitiger und komfortabler zu gestalten. Überzeugen Sie sich selbst von den genialen Nicer Dicer Fusion Vorzügen. Gesünder Leben und gesünder Essen ist so viel einfacher und praktischer mit dem Nicer Dicer Fusion. Der Nicer Dicer Fusion ist ein geniales Gerät, auf das wir nicht verzichten könnten in unserem Shop. Was sonst den ganzen Tag gedauert hat, braucht jetzt nur noch einige Minuten dank dem Nicer Dicer Fusion. Der Nicer Dicer Fusion vereint die besten Eigenschaften unterschiedlichster Geräte und kombiniert sie in nur einem kompakten System, mit dem Sie alle Schneidarbeiten spielend leicht und extrem schnell umsetzen können. Das ist der neue Nicer Dicer Fusion von Genius. Hallo allerseits. Wenn Sie gerne kochen, aber nicht gern vorbereiten, dann lieben Sie das hier. Das ist so aufregend. Das ist der brandneue Nicer Dicer Fusion von Genius. Ein Gerät, das blitzschnell Scheiben schneidet, würfelt, zerkleinert, stiftelt und sogar hackt. In Sekunden. Aufgepasst. Ich lege einfach nur die Zwiebel hinein und im Handumdrehen sind wir fertig. Sehen Sie all diese Klingen? Schauen Sie, eine Paprika. 144 perfekte, saubere Würfel. Und hier habe ich Kartoffeln auf der einen Seite, Pilze auf der anderen. Sie können also zwei verschiedene Zutaten gleichzeitig auf zwei Arten schneiden. Oder einen ganzen Apfel. Drauflegen, einmal runterdrücken und perfekte Viertel fallen direkt in den Behälter. Und mit gekochten Eiern geht das genauso. Schau mal. Einmal runterdrücken und wir bekommen acht perfekte Stückchen. Jetzt 16, jetzt 24. Und hier extra große Klingen für extra großes Schneidgut. Wie immer einfach drauflegen. Und sehen Sie mal. Hier haben wir jetzt einen Öffnungsmechanismus, der die Arbeit vereinfachen. Einfach das Schneidgut drauflegen, runterdrücken und beinahe wie von selbst ist der Salat geschnitten. Und Obstsalat? Ein Stück Wassermelone drauflegen und drücken. Honigmelone drauflegen und wieder drücken. Obstsalat ganz schnell und einfach. Schnell, frisch und gesund. Und große Klingen für große Lebensmittel. Aufgepasst, einfach runterdrücken. Perfekte Ergebnisse, absolut jedes Mal. Das müssen Sie sehen. Ich nehme das Schneidoberteil ab und setze den Nicer Slicer ein. Und mit dem Sicherheitsschneidguthalter schneide ich Scheiben blitzschnell und gleichmäßig. Schneiden kleiner Zutaten mit einem Messer ist ein Albtraum. Aber mit dem praktischen Handyhopper können Sie gleich eine Handvoll auf einmal zerkleinern. Und Ihre Finger kommen nicht einmal in die Nähe der Klingen. Das ist das perfekte Zubereitungssystem. Das ist der nicer Twist. Sehen Sie? Doppelte Achsen mit sechs super scharfen Edelstahl-Säbelklingen. Frische Kräuter aller Art sind in Sekundenschnelle gehackt. Mühelos und ganz nach Wunsch. Und wie wäre es mit ganzen Zutaten für eine köstliche Salsa? Ich gebe noch ein paar Zwiebeln dazu und dann kurz an der Kurbel drehen. So schnell kann ich meine Zutaten zerkleinern. Kein Zwiebelgeruch an den Händen und keine Tränen in den Augen. 13 Zutaten. Endlose Möglichkeiten. Alles schnell und einfach mit Nicer Dicer Fusion. Mit dem Nicer Dicer Fusion ist gesundes Essen leichter denn je. Was für ein köstlicher Duft. Und jetzt machen wir eine leckere Schrimpspfanne. Hier haben wir wieder die extra großen Klingen für extra große Zutaten. Ich nehme Chicorée und dazu noch etwas Paprika. Nehmen Sie einfach Ihre Lieblingszutaten. Meine Frühlingszwiebeln habe ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Zucchini. Zwei verschiedene Klingen, zwei verschiedene Schnitte zur gleichen Zeit. Ich habe inzwischen meine Nicer Slicer bereit, meine Karotte im Schneidguthalter. Und nun schneide ich perfekte Karotten-Julienne. So einfach geht das. Und die sind jetzt fertig zum Braten. Und mein Gemüse kommt jetzt einfach mit dazu. Sehen Sie mal, wie gut das aussieht. Frisch, knackig und gesund. Zauberhafte Gerichte, die Sie im Handumdrehen zubereiten können mit dem Nicer Dicer Fusion. Geben Sie Ihren Speisen den Kick von Genius mit dem brandneuen Nicer Giulietti. Scharfe Klingen für originelle Ergebnisse, die absolut jeden begeistern. Den Nicer Giulietti und die gewünschte Klinge mühelos einsetzen und los geht's. Mit einfacher Drehung können Sie wunderbare, gesunde Gemüsegerichte zaubern. In Sekundenschnelle. Schauen Sie sich diese Farben an. Das ist nicht nur gesund, das ist einfach toll. Tauschen Sie die Klinge nach Wunsch aus und kreieren Sie fantastische Speisen. Wie ein Gourmet der Spitzenklasse. Oder zaubern Sie gesunde Snacks wie Süßkartoffelchips. Ihre Kinder werden begeistert sein. Eine tolle Zwischenmahlzeit für meine Tochter und mich ist ein frischer Obstsalat. Frische Pfirsiche Bananen. Dann tausche ich den Messereinsatz einfach und schnell aus für frische Erdbeeren. So leicht mit Nicer Dicer Fusion. Ein echt leckerer kleiner Mix für einen Snack. Aber auch herzhafte Snacks für unterwegs sind kein Problem. Ich kann zum Beispiel Zucchini und Karotten direkt in den separaten Behälter schneiden. Frisch halte Deckel drauf und ab in den Rucksack. Vitamine sicher geschützt für den Transport. Gesünder Leben und gesünder Essen ist so viel einfacher und so viel praktischer mit dem Nicer Dicer Fusion. Sie erwarten viel Besuch? Dann geht nichts über einen Topf selbstgemachte Suppe. So viel Gemüse, so perfekt mit einem Messer schneiden? Niemals! Für unsere Gemüsesuppe nehmen wir den extra großen Messereinsatz und frische Paprika. Dazu ein wenig Zucchini. Und wie wär's mit etwas Lauch? Sehen Sie, wie perfekt das ganze Gemüse geschnitten ist? Wunderbare Gemüsesuppe. Selbstgemacht. So lecker und gesund. Verwandeln Sie mit dem Nicer Giulietti gewöhnliches Gemüse in außergewöhnliche Spiralen oder Giuliettis. Gesund, schnell und dekorativ. Einfach drehen und im Nu kulinarische Gemüsespaghetti Salate, Suppen, Snacks und vieles mehr zaubern. Mit dem Nicer Twist verwandeln Sie Ihr Lieblingsobst und Gemüse in erfrischende Sorbets und leckere Smoothies. Aufgepasst! Hier habe ich gefrorene Früchte. Einfach etwas Sahne und Zucker dazu und mit den sechs scharfen Edelstahlklingen ist das Obst im Handumdrehen püriert, alle Zutaten perfekt gemixt und das Sorbet ist fertig zum Genießen. Und wenn ich gefroren sage, dann meine ich gefroren. Nichts macht das alles besser oder schneller als der Nicer Dicer Fusion von Genius. Bestellen Sie Ihren jetzt! Verschwenden Sie auch täglich kostbare Zeit in Ihrer Küche, damit Lebensmittel in den unterschiedlichsten Variationen passend zu schneiden? Damit ist jetzt Schluss! Dank des revolutionären Nicer Dicer Fusion von Genius. Das vielseitigste Schneidgerät, das alles bisherige in den Schatten stellt. Würfeln, Stifteln, Viertel, Achtel, Hacken, Mixen, Reiben und Hobeln. Unterschiedlichster Zutaten. Zaubern Sie ansprechende, leckere Gerichte. Und das unfassbar schnell und einfach. Sie möchten Ihre Speisen auch dekorativ? Mit dem brandneuen Nicer Giulietti können Sie Ihre Ideen einfach und schnell umsetzen. Kreieren Sie verspielte Gemüsespiralen oder gesunde Gemüsespagetti, die so gut schmecken, wie sie aussehen. Zwei unterschiedliche Klingen für absolute Kreativität und Flexibilität. Über 20 Millionen zufriedene Nicer Dicer Kunden haben uns in der Entscheidung bestätigt, den weltweit bekannten Küchenhelfer noch vielseitiger und komfortabler zu gestalten. Überzeugen Sie sich selbst von den genialen Nicer Dicer Fusion Vorzügen. Leicht austauschbare Messereinsätze für verschiedene Schneidvarianten mit extrem scharfen Klingen gewährleisten absolute Flexibilität und perfekte Resultate in jedem Schnitt. Zudem hat der Nicer Dicer Fusion einen praktischen Öffnungsmechanismus. Einfach die gewünschte Schnelligkeit einstellen und der Deckel öffnet sich ganz automatisch. Schneller und komfortabler geht es nicht. Mit nur einem Knopfdruck erfolgt die Rasterreinigung wie von selbst. Die Klingen sind aus rasiermesserscharfem Edelstahl in Ginox Qualität, die jede Schneidherausforderung annehmen. Absolut innovativ sind die neuen extra großen Messereinsätze für größere Zutaten und noch mehr Flexibilität. Die Messereinsätze sind kinderleicht austauschbar für perfekte Schneidvielfalt nach Wunsch. Mit den kleinen Behältern können Sie zwei Zutaten gleichzeitig direkt in diese schneiden, darin servieren oder mit dem Frischhaltedeckel sicher im Kühlschrank lagern oder als frischen, gesunden Snack bei der Arbeit genießen. Alle Teile lassen sich leicht abspülen und sind Spülmaschinen geeignet. Sie benötigen keine Messer oder Schneidbretter mehr. Alles lässt sich ganz leicht im Behälter feststauen und der ist kleiner als ein Toastbrot. Hier habe ich ein echtes Familienessen, serviert direkt aus dem Ofen. Ein Rattatoui Nudelauflauf. Ein köstliches Gericht und so einfach zu machen. Wir nehmen den extra großen Messereinsatz und stellen den Öffnungsmechanismus ein, der das Schneiden noch einfacher macht. Das Gemüse auf die Klingen legen und im Handumdrehen perfekte Würfel schneiden. Ganz egal, welche Zutaten Sie verwenden. Die Ergebnisse sind immer perfekt und gleichmäßig. Und aufgepasst, selbst schwierige Lebensmittel wie gekochter Schinken gehen einfach und sauber durch. Jetzt kommen noch ein paar frische Zwiebeln dazu. Und das alles geben wir auf unsere Pasta. Ich wechsle den Einsatz und nehme jetzt einfach die Reibe. Sehen Sie mal, wunderbar frische und leckere Käsestreifen. Die kommen noch oben drauf. Und fertig ist der Rattatoui Nudelauflauf. Blitzschnell und einfach zubereitet mit Nicer Dicer Fusion. Sie werden ihn lieben. Die Vielseitigkeit beim Kochen mit dem Nicer Dicer Fusion und der Giulietti Funktion. Drehen Sie tolle Gemüsespiralen in Sekunden. Ist das nicht fantastisch? Nun tauschen Sie einfach die Klinge aus. Und schon drehen Sie perfekte Giuliettis aus Gemüse Ihrer Wahl. Mit dem Nicer Giulietti können Sie jeden Tag frische, gesunde und dekorative Gerichte zaubern. Ich koche ein, seit ich ein junges Mädchen bin. Und das haben wir zur festen Tradition gemacht. Meine Freundin und ich machen das so gerne. Und das bedeutet uns viel. Ich habe meine berühmten eingelegten Gurken gemacht. Normalerweise würde ich ein oder zwei Stunden nur dafür brauchen, das Gemüse klein zu schneiden. Aber mit dem Nicer Dicer Fusion geht das unglaublich schnell und einfach. Wir haben heute rote Beete, Äpfel, Erdbeeren, Paprika, einfach alles eingekocht. Das Gerät hat viele Schnittvarianten, ist schnell, leicht zu reinigen. Das hat echt Spaß gemacht. Was sonst den ganzen Tag gedauert hat, braucht jetzt nur noch Minuten, dank dem Nicer Dicer Fusion. Mit dem Nicer Giulietti macht eine gesunde Ernährung besonders viel Spaß. Kreieren Sie Spiralen und Giuliettis aus Zucchini, Karotten, Kürbis, Gurken, Süßkartoffeln und mehr. Einfach drehen und fantastische Geschmackskombinationen genießen. Wenn ich sage, der Nicer Dicer Fusion kann alles, dann meine ich, er kann wirklich alles. Kleine harte Zutaten, mit einem Messer eine echte Qual. Aber hiermit schaffe ich sogar zwei gleichzeitig ohne Probleme. Gewürfelte Karotten, perfekte Würfel in Sekunden. Limettenspalten für eine Party, acht zugleich. Ich kann eine ganze Kiwi mit nur einem Finger vierteln. Extra große Messereinsätze für extra große Lebensmittel, fertig. Schau diese Bananen, normalerweise zerdrückt man sie mit einem Messer. Aber hiermit, perfekt für einen Obstsalat. Hier haben wir unseren Nicer Slicer, den unglaublich schnellen Kohlhobel. Harten Käse mit einem Messer schneiden? Unmöglich. Aber mit dem Nicer Slicer erhalten Sie garantiert ganz wunderbar gleichmäßige Scheiben. Jedes Mal. Und Babynahrung? Da wollen Sie sicher nicht die Fertiggläschen mit all den Zusätzen für die Kleinen. Hier geben wir einfach unsere ganz natürlichen Zutaten in den Nicer Twist. Und in Sekundenschnelle haben Sie selbstgemachten Babybrei. Nie wieder langweilige Salatdressings. Nehmen Sie Ihre Lieblingskräuter und geben etwas Öl und etwas Essig dazu. Was Sie wollen, seien Sie kreativ. Und dann kurz drehen und schon haben Sie ein leckeres Dressing. Das ist der Nicer Dicer Fusion von Genius. Und so bestellen Sie Ihren. Verschwenden Sie auch täglich kostbare Zeit in Ihrer Küche, damit Lebensmittel in den unterschiedlichsten Variationen passend zu schneiden? Damit ist jetzt Schluss. Dank des revolutionären Nicer Dicer Fusion von Genius. Das vielseitigste Schneidgerät, das alles bisherige in den Schatten stellt. Würfeln, Stifteln, Viertel, Achtel, Hacken, Mixen, Reiben und Hobeln. Unterschiedlichster Zutaten. Zaubern Sie ansprechende leckere Gerichte. Und das unfassbar schnell und einfach. Sie möchten Ihre Speisen auch dekorativ? Mit dem brandneuen Nicer Giulietti können Sie Ihre Ideen einfach und schnell umsetzen. Kreieren Sie verspielte Gemüsespiralen oder gesunde Gemüsespagetti, die so gut schmecken, wie sie aussehen. Zwei unterschiedliche Klingen für absolute Kreativität und Flexibilität. Über 20 Millionen zufriedene Nicer Dicer Kunden haben uns in der Entscheidung bestätigt, den weltweit bekannten Küchenhelfer noch vielseitiger und komfortabler zu gestalten. Überzeugen Sie sich selbst von den genialen Nicer Dicer Fusion Vorzügen. Leicht austauschbare Messereinsätze für verschiedene Schneidvarianten mit extrem scharfen Klingen gewährleisten absolute Flexibilität und perfekte Resultate in jedem Schnitt. Zudem hat der Nicer Dicer Fusion einen praktischen Öffnungsmechanismus. Einfach die gewünschte Schnelligkeit einstellen und der Deckel öffnet sich ganz automatisch. Schneller und komfortabler geht es nicht. Mit nur einem Knopfdruck erfolgt die Rasterreinigung wie von selbst. Die Klingen sind aus rasiermesserscharfem Edelstahl in Ginox Qualität, die jede Schneidherausforderung annehmen. Absolut innovativ sind die neuen extra großen Messereinsätze für größere Zutaten und noch mehr Flexibilität. Die Messereinsätze sind kinderleicht austauschbar für perfekte Schneidvielfalt nach Wunsch. Mit den kleinen Behältern können Sie zwei Zutaten gleichzeitig direkt in diese schneiden, darin servieren oder mit dem Frischhaltedeckel sicher im Kühlschrank lagern oder als frischen, gesunden Snack bei der Arbeit genießen. Alle Teile lassen sich leicht abspülen und sind Spülmaschinen geeignet. Sie benötigen keine Messer oder Schneidbretter mehr. Alles lässt sich ganz leicht im Behälter feststauen und der ist kleiner als ein Toastbrot. Hi, ich bin Edward, Inhaber eines Sandwich-Shops. Vor einem Jahr haben mein Freund und ich entschieden, einen Sandwich-Laden zu eröffnen und wir wussten, dass wir täglich frische Zutaten haben müssen, um Erfolg zu haben. Da kam der Nicer Dicer Fusion wie gerufen. So konnten wir unsere Zutaten schnell und effizient bis zum letzten Rest verarbeiten. Ein Jahr später ist unser Geschäft ein super Erfolg. Und das verdanken wir auch dem Nicer Dicer Fusion. Ganz gleich, woher Sie kommen. Bestimmt lieben Sie Kartoffeln. Der Nicer Dicer Fusion ist der ultimative Kartoffelschneider und so geht's los. Eins, zwei und drei. Werfen wir einen Blick hinein. Sehen Sie sich diese leckeren Pommes an. Wie lange würde es dauern, die mit einem Messer zu schneiden? Und meine wunderbaren Halbenscheiben sind perfekt für beispielsweise einen leckeren Auflauf. Nur ein Gemüse, aber zahlreiche Möglichkeiten. Alles blitzschnell und perfekt geschnitten mit dem Nicer Dicer Fusion. Hier ist ein neues Rezept. Gemüsespaghetti. Die Pasta kocht schon im Topf und mit dem Nicer Twist machen wir eine Pesto-Soße. Hier habe ich Basilikum, Knoblauch, ein paar Pinienkerne und frischen Parmesan. Die perfekten Zutaten für ein leckeres Pesto. Jetzt noch etwas Olivenöl dazu. Das genügt. Aufgepasst jetzt. In nur wenigen Sekunden ist ein frisches Original-Pesto fertig. Mit der brandneuen Giulietti-Funktion können Sie jetzt spielend leicht Weizennudeln durch gesunde Low-Carb-Gemüsenudeln ersetzen. Und das schmeckt. Einfach den Giulietti und die passende Klinge einsetzen und perfekte Karotten-Gigletties drehen. Schauen Sie nur, wie schön das aussieht. So farbenfroh und gesund. Als nächstes stellen wir ein paar Zucchini-Spaghetti her. Unglaublich. Die sind in Sekunden fertig. So schnell und einfach. Nicer Giulietti bringt farbenfrohe Kreativität in Ihre Küche, die Sie nicht mehr missen möchten. Reduzieren Sie unnötige Kalorien und haben Sie Spaß dabei. Nur der Nicer Dicer Fusion bietet den brandneuen Nicer Giulietti für grandiose Kreationen beim Kochen. Mit dem Nicer Slicer ist alles ganz einfach. Schneiden Sie jede Frucht wie diese Drachenfrucht. Jede Scheibe wird gleichmäßig und perfekt. Selbst reife Kiwis. Und das gleiche gilt für Zitronen, Limetten, Pfirsiche, Äpfel, was immer Sie wollen. Und mit dem praktischen Handyhopper können Sie selbst kleine Früchte sicher und schnell schneiden. Was für ein toller Obstteller. Vielfältigste Früchte, gleichmäßige Schnitte. Küchengetestet, Chef Toni geprüft. Zaubern auch Sie unglaublich leckere Mahlzeiten, geniale Vorspeisen, herzhafte Aufläufe, köstliche Hauptspeisen und süße Leckereien, die Ihre ganze Familie lieben werden. Das ist der Nicer Dicer Fusion von Genius. Bestellen Sie Ihren jetzt.